Ab dem 1. Juli 2014 ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Münster. Das im Jahr 1999 erbaute Haus verfügt über 5 Etagen. Die Immobilie befindet sich in der 4. Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 35 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 412 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das Objekt maten Sie dann zur Verfügung. Die Wohnfläche von der Schlafzimmer, die für diee Chargąperik vom Badezimmer in den Kilo sind. Wenn wir das hier bei der Schlafzimmer-Mietwohnung, dann sehen wir wir im Vorhof und ansprichieren. Vielen Dank.